Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und in der heutigen Folge habe ich mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Da berichtet derverlangen.com heute am 15. Mai 2022. Countdown zur Nachtlebeneröffnung. Pattaya, die Polizei von Pattaya, hielt kürzlich ein Treffen mit den Sicherheitskräften aller Nachtclubs und Nachtlokalen in der Walking Street ab. Die Sitzung dient nach Aussage der Polizei zur Vorbereitung auf die voraussichtlich bevorstehende vollständige Wiedereröffnung des Nachtlebens in der Touristenmetropole. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Planung vorbereitender Maßnahmen, darunter zum Beispiel die Bereitstellung eines Übersetzers, der sich um die Belange ausländischer Touristen kümmert, die die weltbekannte Rotlichtmeile nach ihrer vollständigen Wiedereröffnung besuchen. Darüber hinaus forderte die Polizei das Sicherheitspersonal zur Überwachung aller Vorfälle auf, die zu einer gefährlichen Situation eskalieren könnten. Die Beamten riefen die Security Guards auch zur Vermeidung körperlicher Auseinandersetzungen mit den Gästen auf, nachdem im Rotlichtareal Tree Town in der Soiborkau in den vergangenen Monaten mehrere gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und alkoholisierten Gästen verzeichnet wurden. Bei dem Treffen wurde auch betont, wie wichtig es ist, Aufzeichnungen über jeden Wachmann zu führen. Probleme in der Walking Street sollen laut Polizei über die Line-App-Gruppe namens Cyber Village Walking Street gemeldet werden. Zitat, da nun viele Amüsierbetriebe in der Walking Street nach fast zweijähriger Schließung wieder öffnen, müssen wir uns besonders um die Besucher kümmern, vor allem in Bezug auf die Sicherheit. Dafür sind die Sicherheitskräfte verantwortlich, die eng mit den Kunden zusammenarbeiten, betonte die Polizei. Dann habe ich noch einen Artikel rausgesucht, ja auch von derverlangen.com. Thai Air Asia Boss fordert Tourismusplan. Bangkok, Thailand sollte einen langfristigen Sanierungsplan für den Tourismus als Teil der nationalen Agenda aufstellen und nicht lediglich auf natürliches Wachstum warten. Da der Reisemarkt stagniert und die Nachfrage geringer ist als in den Vorjahren, teilte der Vorstandsvorsitzende der thailändischen Billigfluggesellschaft Thai Air Asia der Presse mit. Zitat, der internationale Flugverkehr hat sich allmählich verbessert, aber die Menschen haben offensichtlich nicht die gleichen Reisegewohnheiten. So reisen beispielsweise Singapurer, die vor der Pandemie wöchentlich Thailand besuchten, heutzutage nur noch alle zwei oder drei Monate, auch wenn die Reisebeschränkungen zwischen den beiden Ländern gelockert wurden, erklärte Tassapon von Thai Air Asia. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Die Links zu den Artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das alles nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von dem News-Update. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag, einen schönen Tag. Bleibt alle miteinander gesund. Wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben dalasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.